Energie und Mobilitätswende, Transformation der Lieferketten, Produktivitätsschub durch KI oder Aufstieg Indiens. Das alles steht gegen zahlreiche Herausforderungen. Wie sollte ein Depot mit mittelfristiger Ausrichtung vor diesem Hintergrund aussehen? Wie gehen Sie strategisch am besten vor? In unserem Webinar Das Portfolio für die Trends von morgen erhalten Sie die Antwort auf diese Frage. Kombiniert mit vielen lukrativen Investmentideen aus Bereichen wie Infrastruktur, Chiptechnologie, E-Mobility, Healthcare, Medizintechnik oder natürlich auch Rohstoffe. In einem Exkurs der Charttechnik zeigen wir Ihnen zudem die entscheidenden Werkzeuge. Seien Sie dabei am 22. Juni um 18 Uhr in einem rund 90-minütigen Bernecker-Webinar mit höchster Expertise. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.